Jena wählt. Direktkandidatin für die Landtagswahl im Interview. Heute Prof. Dr. Dietmar Schuchert, CDU. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu Jena wählt. Wir stellen die Direktkandidatin für die Landtagswahl vor und begrüßen heute Prof. Dr. Dietmar Schuchert von der CDU. Herr Schuchert, willkommen bei Jena TV. Schönen guten Tag. Hallo. Sie sind Hochschullehrer in Leipzig, CDU-Kreisvorsitzender seit 2010 und vertreten Ihre Partei auch im Jena Stadtrat. Auf welche persönlichen Stärken können Sie denn da bauen? Ja, ich denke, mein Beruf als Hochschullehrer für Mathematik und angewandte Mathematik legt schon mal eine gewisse Sachlichkeit nahe. Also ich bin ein sachorientierter Mensch. Ich bin auch ein lösungsorientierter Mensch. Das heißt, mir geht es darum, Probleme möglichst sachlich zu analysieren und dann vernünftig zu lösen. Das heißt, nur ein Schlagabtausch, das ist mir wesentlich zu wenig. Ich versuche zum Kern der Probleme vorzudringen, um diese dann auch zu lösen. Und außerdem, das bringt vielleicht auch meine Hochschullehrertätigkeit mit sich, versuche ich auch immer dicht am Menschen zu sein. Ich bin ja jetzt beispielsweise viele Stunden in der Woche unterwegs, um von Haustür zu Haustür zu gehen. Und da bekommt man auch eine Menge Probleme mit, die man so vielleicht nicht so direkt sieht. Und das fällt mir auch nicht schwer. Also ich mache das auch sehr gerne. Ich bin dicht am Menschen. Das gehört auch dazu. Herr Schorath, auf Ihren Wahlplakaten steht für Sie in den Landtag. Das ist ja eine sehr allgemein gehaltene Phrase oder Floskel. Also was konkret sind Ihre Ziele? Also was wären Ihre Schwerpunkte, wenn Sie in den Landtag einziehen würden? Ja, was heißt allgemein gehalten? Das ist das Ziel. Ich bin im Moment ehrenamtlich im Stadtrat aktiv und mein Ziel ist es für Sie, das heißt für die Jännerinnen und Jänner, in den Landtag zu kommen. Und meine Ziele sind dabei natürlich, insgesamt möchte ich noch mehr für Jänner tun, mehr als man ehrenamtlich leisten kann. Man stößt dort natürlich auch an Grenzen, schon alleine durch eine intensive Berufstätigkeit. Das sind einfach die Themen, die über die Stadtpolitik hinausgehen. Eine solide Finanzpolitik, eine Wissenschaftspolitik. Wir haben ja hier zwei Hochschulen in Jena. Die Friedrich-Schiller-Universität und die Ernst-Abbe-Hochschule. Das sind schon zwei Schwergewichte. Und natürlich möchte ich mich auch um diese beiden Hochschulen intensiv kümmern. Und das ist eine landespolitische Aufgabe, nur um zwei Beispiele zu nennen. Könnten Sie das konkretisieren? Sie sagen, Sie wollen sich um die Hochschulen kümmern. Was sind in Ihren Augen da gerade die wichtigsten Themen, die anstehen? Zum Beispiel bei der Friedrich-Schiller-Universität bietet sich momentan eine einmalige Chance. Wir haben als Stadt auch die Möglichkeit, die Hochschulentwicklung zu unterstützen, am Inselplatz beispielsweise. Ich darf daran erinnern, im Moment wird ja gerade der zweite Bauabschnitt des Uniklinikums gebaut, in Lobeda. Und das ist natürlich für Thüringen, das ist Thüringens größte Baustelle, mal so ganz nebenbei. Und jetzt gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, am Inselplatz einen Campus zu entwickeln, mit enormem Potenzial. Sowohl für die Stadt Jena als auch natürlich für die Friedrich-Schiller-Universität. Weil es wären natürlich andere Liegenschaften frei dadurch. Und das ist auch wieder eine Aufgabe für die Jena-Stadtpolitik, dann Stadtentwicklung dort zu betreiben. Und das gemeinsam mit der Universität. Sie haben auch die Finanzen angesprochen und Sie sagen, unsere Städte müssen gestärkt werden. Ich gehe davon aus, dass sich das auch auf den Bereich Finanzen bezieht. Was meinen Sie damit konkret? Wie soll das gehen? Aktuell hat ja Jena eine Haushaltssperre verhängt. Allgemein wird gesagt, die fetten Jahre auch für eine Stadt wie Jena sind vorbei. Wie sollte denn das Land Kommunen besser unterstützen? Naja, das Land Thüringen steht im Moment auf einer soliden finanziellen Basis. Aber dies darf natürlich nicht zulasten unserer Städte und Gemeinden gehen. Also ich erhoffe mir da und erwarte mir in Zukunft auch mehr wieder vom Land. Denn es darf nicht sein, dass sich das Land entschuldet und die Kommunen bekommen keinen Haushalt mehr hin. Also das darf nicht passieren. Und dafür werde ich mich natürlich auch im Landtag einsetzen. Welche Möglichkeiten gäbe es dann? Den kommunalen Finanzausgleich umstricken oder was spät Ihnen da vor? Ich bin nicht der Thüringer Finanzminister. Das heißt, das muss dann natürlich in den entsprechenden Ausschüssen geklärt werden. Fakt ist jedenfalls, so eine Haushaltssperre, wie wir sie im Moment haben, das darf sich nicht wiederholen. Da müssen wir vorausschauender fahren. Und das muss dann konkret landespolitisch untersetzt werden. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Das muss man dann sehen, wenn es an der Zeit ist. Sie sind ja selbst Hochschullehrer in Sachsen zwar, aber was ist denn Ihr Eindruck von der Thüringer Hochschullandschaft? Und wie halten Sie den allgemein? Wie stehen Sie zu der finanziellen Ausstattung der Hochschulen? Da gab es doch in den letzten Jahren erhebliche Diskussionen. Ja, in der Tat bin ich Hochschullehrer in Sachsen. Ich pendle arbeitstäglich gewissermaßen hin und her. Lebe aber seit 40 Jahren in Jena und bleibe das auch. Also nicht seit 40 Jahren. Ich muss mich korrigieren. Es sind mittlerweile 44 Jahre. Ja, die beiden Jena-Hochschulen haben eine wichtige Ankerfunktion für unsere Stadt. In ganz vielfältiger Art und Weise. Zum Beispiel hochwertige Arbeitsplätze werden ja zu einem erheblichen Teil von Hochschulabsolventen besetzt. Es gibt auch hochwertige Arbeitsplätze, die anders orientiert sind. Jeder Facharbeiterarbeitsplatz ist natürlich auch ein sehr hochwertiger Arbeitsplatz. Aber viele Akademiker finden hier in Jena dann Berufe. Das wollen wir in Zukunft auch noch weiter unterstützen. Und dafür müssen unsere Hochschulen auch eine Ankerfunktion für Jena ausüben. Das heißt, die Ausstattung muss in meinen Augen verbessert werden. Der Anker ist nicht nur für Jena, der ist auch für ganz Thüringen. Das heißt, Jena ist ein einzigartiger Ort in unserem Freistaat. Und durch die beiden Hochschulen mit weit mehr als 20.000 Studenten locken wir natürlich aus dem ganzen Bundesgebiet neue junge Menschen nach Jena, von denen auch möglichst viele dann bleiben sollen. Das heißt auch Stadtpolitik. Wir müssen attraktive Angebote für die Zeit nach dem Studium unterstützen. Aber natürlich im Studium auch selbst. Und deswegen bin ich der Meinung, die beiden Jena-Hochschulen, die Friedrich-Schöller-Universität und die Ernst-Abbe-Hochschule, müssen in Zukunft noch besser finanziell ausgestattet werden. Eben wegen ihrer besonderes, wichtigen Gesamtaufgabe für den ganzen Freistaat. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie von Tür zu Tür gehen im Wahlkampf. Und dass Ihnen die Bürger Themen mit auf den Weg geben. Nun haben wir über Finanzen, Hochschule gesprochen. Welche anderen Themen, prägnante Jena-Themen sind denn das noch? Also ein Thema, was mir immer wieder begegnet, ob das jetzt am Schlegelsberg ist, ob das im Kernbergviertel ist oder ob das beispielsweise auch in Lupe da West oder Lupe da Ost ist. Es wird immer wieder die angespannte Verkehrssituation in unserer Stadt angesprochen. Und meine Meinung ist nicht, dass man die Bürger dazu bringen sollte, ein vorgegebenes Verkehrsmittel zu nutzen und dies dann gewissermaßen durch Verkehrsmaßnahmen zu steuern. Also dass wir zum Beispiel keine grüne Welle auf der Stadt Roter Straße haben, sondern dass, wie es in Anführungsstrichen heißt, gepförtnert wird. Was bedeutet, dass man ständig stehen bleiben muss? Das geht in meinen Augen auch irgendwo an der Realität vorbei. Ich weiß nicht, ob es Umweltschutz ist, wenn fünfmal ein Auto von 0 auf 50, 60, 70 beschleunigt, um dann wieder auf 0 abzubremsen. Also wenn ich mich da richtig an meinen Physikunterricht erinnere, dann wird da eine Menge Energie verbrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, hier sind in meinen Augen intelligente Lösungen gefragt. Und was mir immer wieder begegnet, ist die Parkraumsituation in unserer Stadt. Also wir müssen in Zukunft mehr für ausreichende Parkplätze tun, die zur Verfügung stehen. Ich habe es ja gesehen, als ich von Tür zu Tür gegangen bin in Lupe da West, wenn man dort abends ist, dort zwischen den fünf und den zehn Geschossern dort. Da gibt es kein freies Fleckchen mehr, was nicht irgendwie genutzt wird. Und dass die Menschen dann in ihrer puren Not, das Kraftfahrzeug muss ja irgendwo abgestellt werden, sich vielleicht nicht ganz ordnungsgemäß dann hinstellen, das geht ja praktisch gar nicht anders. Und wenn dann früh noch das Ordnungsamt durchgeht und Knöllchen verteilt, dann ist der Ärger natürlich groß und da muss in Zukunft mehr getan werden. Aber ist das nicht eigentlich Stadtpolitik und nicht Landesaufgabe? Ja, das ist Stadtpolitik, aber man kann natürlich Stadtpolitik aus einem Mandat heraus natürlich auch noch intensiver betreiben als aus dem Ehrenamt heraus. Man hat wesentlich mehr Zeit zur Verfügung und das ist natürlich auch gut so. Und dann kann man dort nachbohren und sich intensiv darum kümmern, wieso, weshalb, warum, dass die Dinge besser wären. Das ist ein Beispiel. Eines der Themen in Jena ist ja auch immer wieder das Thema Wohnen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch wieder oder öfter gehört haben, aber Jena hat einen extrem niedrigen Wohnungsleerstand. Es ist sehr schwer, auch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Sehen Sie da Möglichkeiten, auf Landesseite da zu unterstützen, einzugreifen, regulieren, was auch immer? Dies ist sicherlich möglich, meiner Meinung nach. Aber zuerst ist hier die Stadt selbst gefordert in meinen Augen. Jena Wohnen ist gut aufgestellt, fährt ordentliche Erträge ein. Und auf der anderen Seite ist meine Meinung, dass Jena Wohnen in Zukunft einen noch verstärkteren Beitrag für mehr bezahlbare Wohnungen in unserer Stadt leisten sollte. Auch hier würde ich mich intensiv als Landtagsabgeordneter darum kümmern. Es gibt ja andere große Pläne, die Jena hat, wo die Stadt auch wirklich auf Landesunterstützung angewiesen ist. Stichwort Stadion. Was ist da Ihre Position? Also meine Meinung ist, dass es langsam Zeit wird für das Landtagsabesportfeld. Letztes Jahr mussten die Lichtmasten zurück, die Flutlichtanlage zurückgebaut werden. Also es entsteht jetzt ein immer höherer Druck. Es gibt ja einen entsprechenden Stadtratsgrundsatzbeschluss. Und jetzt hoffe ich, dass wir in diesem Herbst dort entscheidend vorwärtskommen. Auf der anderen Seite erhoffe ich mir natürlich auch einen gewissen sportlichen Erfolg der Fußballmannschaften, die dort spielen. Jetzt war am Wochenende Wahl in Sachsen. CDU wieder stärkste Kraft, große Frage der Koalitionsbildung. Wenn man mal auf Thüringen schauen, wird die CDU wahrscheinlich auch wieder die stärkste Kraft werden. Was wäre denn in Ihren Augen eine Wunschkoalition? Und ich glaube, Ihre Partei hat ja jetzt auch schon Stellung bezogen, dass die AfD es auf keinen Fall würde. Ja, also in der AfD sehe ich momentan keinen Partner. Man weiß im Moment noch gar nicht, wohin sich diese Partei bewegt. Und unsere Landesvorsitzende hat ja auch schon eine diesbezügliche Aussage getroffen, wie übrigens auch Stanislaw Tillich in Sachsen. Das kann ich nur unterstützen. Also da sehe ich keine Option. Wir müssen natürlich erst mal das Wahlergebnis abwarten. Aber ich bin der Meinung, wenn man reinschaut in die Regierungsarbeit der letzten fünf Jahre, haben wir doch fünf erfolgreiche Jahre hinter uns. Ich darf erinnern, die Legislatur begann in einer großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Das haben einige vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm. Aber da ist doch auch von der Bundesregierung unter Angela Merkel in den Jahren 2008, 2009, 2010 insbesondere sehr viel richtiges geschehen und angepackt worden und umgesetzt worden, so dass uns das heute gar nicht mehr so im Bewusstsein ist. Also für Thüringen würde ich dafür plädieren, so wie die Dinge im Moment liegen, wie gesagt, wir müssen das Wahlergebnis abwarten, diese erfolgreiche Regierungskoalition fortzusetzen. Also sprich schwarz-rot. So sieht es momentan aus. Wir müssen das Wahlergebnis abwarten. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, wäre ich auch für Sondierungsgespräche mit den Grünen beispielsweise. In Hessen gibt es eine CDU-Grün-Regierung. Richtig. Das scheint mir im Moment ziemlich erfolgreich zu laufen. Also auch das wäre für mich eine Option. Es kommt natürlich auch immer, und das muss man auch dazu sagen, auf die Sachthemen an. Das ist also keine Sache, die am grünen Tisch entschieden wird, sondern man muss sich natürlich mit allen demokratischen Parteien unterhalten und schauen, wo man die eigenen Sachthemen am besten umsetzen kann. Und das haben wir, denke ich, sehr erfolgreich in Thüringen in den letzten fünf Jahren mit der SPD zusammengetan. Sachthemen ist ein gutes Stichwort, weil die Thüringer haben oft den Eindruck, dass es eben bei der Koalitionsbildung genau nicht darum geht, um politische Fragen, sondern um Postenabsprachen. Die CDU hat ja vor wenigen Tagen das Kultusministerium für sich beansprucht. Und da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es da um Posten geht. Wie sehen Sie das? Nein, ich denke nicht, dass es da um Posten geht. Ich sehe es so, dass die CDU Thüringen einfach verstärkt wieder sich in dem Thema engagieren möchte und dass ihr das ein inneres Bedürfnis ist. Das Kultusministerium wieder zu besetzen. Ob das gelingt, das werden wir dann sehen. Herr Schauert, wenn Sie in den Landtag kommen, was wäre das Erste, worauf Sie sich stürzen würden, politisch? Naja, auch ein Thema, was mir im Straßenwahlkampf immer wieder begegnet ist. Um ein ganz konkretes Thema zu nennen, für mich ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen mit ein Stadtentwicklungshemmnis in jener erster Ordnung geworden. Das wäre mal ein ganz konkretes Sachthema, mit dem ich mich intensiv befassen würde. Neben all den Themen, die wir jetzt auch schon gestreift haben in unserem Gespräch. Ja, Herr Schauert, dann... Herzlichen Dank. Danke, dass Sie da waren. Ich danke auch. Alles Gute. Danke.